Hey Alte, kannst du mal das Kack-Handy wegtun den ganzen Tag, bis du da am drauf gucken? Was machst du denn da die ganze Zeit? Ich gucke auf TikTok gerade hier Videos. Und dieser komische Red, dieser rote Red, der hat schon über 2000 Follower, die seinen Mist da angucken. Warte, der hat echt schon 2000 Stück? Das kann doch nicht wahr sein. Was zeig ich dir denn als Special? Diesmal zeigt er eine Mucke-Folge, die noch nie gezeigt wurde. Irgendwie hat er die rausgeschnitten oder vergessen oder verloren oder so. Willst du mitgucken, mein Schatz? Ja, dann zähl mal her, den Triet. Ja, moin Mucke, machen wir was zu trinken für dich. Möchten sie ein Wasser oder ein Bier? Ja, du stellst echt blöde Fragen. Blöder geht's ja gar nicht. Da habe ich auch eine für dich, wa? Willst du nicht so dreckig aus, dass ich mich waschen möchte oder will ich was zu trinken, weil ich gewusst hab? Waaat? Ja, hast du recht. Ich kann echt verstehen, warum sie das vorher nicht gezeigt haben. Bin mal gespannt, was für ein Quatsch der bei 3000 Followern zeigt.